Ja, jetzt kommt die Gretchenfrage. Freitag, der 23. Juni 2017. Welche LOS-ID wurde denn ermittelt? Ja, die Spannung steigt und wir gucken mal, ob hier was auf dem Monitor, auf dem Bildschirm passiert. Und da sollte jedenfalls gleich was passieren. Aha, da ist es schon soweit. Die LOS-ID, ja, heute, am heutigen Freitag, lautet 3, 2, 5, 3, 7. 3, 2, 5, 3, 7. Ja, schauen wir mal, welcher Landkreis genannt worden ist, bestimmt worden ist. Landkreis Kassel, ganz oben im Norden Hessens. Ja, und jetzt wollen wir natürlich schauen, wie viel ist denn rübergekommen? Was wird dann ausgespielt? Einmal 10.000 Euro, einmal 5.000 Euro, viermal 500 Euro, 52 mal 50 Euro, 236 mal 10 Euro und 928 mal 5 Euro. Und damit ist dann der Einsatz auch schon wieder drin und Sie können wieder mitspielen. Ja, und es gibt auch einen Gewinner. Ja, Kassel, Stadthonig, eine Imkerei. Es geht darum, eine Bienenpatenschaft zu übernehmen für Kindergärten und Schulen. Herzlichen Glückwunsch, unterstützt durch die Umweltlotterie, genau. Und es geht darum.